Ich bin die Larissa, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Österreich und habe ein Cochlea-Implantat, mit dem ich wieder hören kann. Ich habe mein Gehör vor fünf Jahren auf der rechten Seite durch einen Hörstutz verloren und seit einem Jahr habe ich ein Cochlea-Implantat und mit dem kann ich wieder hören. Vor meinem Cochlea-Implantat war es für mich in der Berufswelt sehr schwierig zu lokalisieren, wo Geräusche herkommen. Und seit ich mein Cochlea-Implantat habe, ist das für mich kein Problem mehr. Ich glaube, wir sind alle da, oder? Ich habe mich für einen RONDO 3 Audio Prozessor entschieden, weil man leicht unter die Haare verstecken kann, man hat nichts hinterm Ohr und er hat einen angenehmen Tragekomfort. Vor meinem Cochlea-Implantat habe ich meine Mitfahrer im Auto kaum verstanden. Ich habe immer mein Radio ausschalten müssen und die Klimaanlage, damit ich sie verstehen kann. Und seit ich mein Cochlea-Implantat habe, kann ich sie wieder alle verstehen. Mega, mega cool ist der Lüftung. Kannst du das? Ja. Auf meinen RONDO 3 kann ich mich immer verlassen. Wenn ich im Sommer auf den Berg gehe oder mit meinen Freunden aus, dann fliegt er nicht runter, der bleibt immer auf seinem Platz. Mit meiner einseitigen Taubheit war ich sozial sehr eingeschränkt. Ich habe mich an Gesprächen mit meinen Freunden nicht beteiligen können, weil ich sie nicht verstanden habe. Und seit ich mein Cochlea-Implantat habe, geht das wieder viel besser. Ciao. Euer Holy Holiday. Ciao. ат. ?